Dirk Lipski in Washington, fangen wir mal mit dem Sicherheitskonzept an. Lässt Sie schon sagen, was da schiefgelaufen ist? Also ein abschließendes Urteil traue ich mir nicht zu und das wird wahrscheinlich dem FBI genauso gehen. Aber klar ist, dass es jede Menge Fragen gibt. Fragen dazu, wie das passieren konnte. Wie kann es sein, dass jemand unbehelligt in einer direkten Sichtweise zum Präsidenten mit einem Gewehr herumlaufen kann, auf ein Dach klettern kann und unbemerkt sich dort positionieren kann, um dann Schüsse abzuwieben? Das ist eine der zentralen Fragen, die hier kommen. Eine zweite Frage, die allerdings auch nochmal hier sehr stark diskutiert wird. Es gibt erste Zeugen, die angegeben haben, dass sie den Polizisten vor Ort ein Signal gegeben haben. Ein Signal, da ist jemand auf einem Dach und bewegt sich komisch und die Polizei wohl nicht entsprechend reagiert hat. Oder der Secret Service. Das ist noch nicht ganz klar, mit wem dieser Zeuge da gesprochen hat. Auf jeden Fall sind das Fragen, die natürlich jetzt in den nächsten Tagen aufgearbeitet werden müssen. Welche aktuellen Informationen gibt es zu dem Schützen? Wir wissen ja schon ein bisschen. Ja, da ist in den letzten Stunden nicht mehr viel dazugekommen. Also wir wissen, dass es ein 20-jähriger Mann ist. Er heißt Thomas Matthew Crooks, stammt aus einer Kleinstadt in Pennsylvania, die nennt sich Bethel Park. Sie ist 33.000 Einwohner, hat diese kleine Stadt. Das weiß man auf jeden Fall. Aber viel mehr weiß man halt eben nicht. Man weiß noch unter anderem, dass er Anhänger der Republikaner ist. Aber man hat sehr viele Fragen. Ist es ein Einzeltäter gewesen und hat er möglicherweise Unterstützer gehabt? Welches Motiv hatte der Täter überhaupt? All diese Fragen sind vollkommen unklar und da wird jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet, diese Fragen möglichst schnell zu klären. Und eine übergeordnete Frage, die sicher viele stellen werden und ich auch jetzt stelle. Was glaubst du, wird sich die politische Stimmung weiter aufheizen? Ich denke, das steht zu befürchten, dass das so ist. In der ersten Reaktion auf dieses Attentat war Joe Biden vor die Presse getreten und hatte versucht, deeskalierend zu sein, die Hand zu reichen. Er hat auch wenig später dann ein Telefonat mit Donald Trump geführt, dessen Inhalt wir zwar nicht kennen, aber er hat auf jeden Fall sehr klar gemacht, er verurteilt dieses Attentat sehr, diese Art von Politik habe keinen Platz in Amerika und sie sei krank. Auf der anderen Seite gibt es aber durchaus Stimmen seitens der Republikaner, die sehr viel schärfer sind und sogar Joe Biden persönlich für dieses Attentat mit verantwortlich machen. Da gibt es zum Beispiel einen eventuellen Vizepräsidentenkandidaten, den Donald Trump vielleicht in der nächsten Woche präsentieren wollte, J.D. Vance. Der hat zum Beispiel ganz klar gesagt, auf Twitter hat er das, oder X vormals Twitter hat er gesagt, diese Rhetorik führt direkt zum versuchten Attentat auf Präsident Trump und damit meint er die Rhetorik von Joe Biden. Morgen startet ja der Nominierungsparteitag der Republikaner. Was ist da zu erwarten? Nun, ich denke, das wird kein normaler Nominierungsparteitag mehr werden. Bis auf den Zeitpunkt, dass man den nicht verändert hat, wird es sehr viele Änderungen geben und es steht mit Sicherheit zu erwarten, dass Donald Trump auf dieses Attentat eingehen wird, dass er das möglicherweise auch versucht, politisch für sich zu nutzen. Wir kennen durchaus Fälle in der Vergangenheit, wo er sich schon ein bisschen als einen Märtyrer präsentiert hat oder präsentieren wollte. Und so geht man schon davon aus, dass es da durchaus auch politisch einigen Zündstoff geben könnte in der Rhetorik von Donald Trump. Dirk Lipski, danke für diese Informationen und Einschätzungen aus Washington.